Waren Crabbe und Goyle aus dem Hause Slytherin eigentlich Todesser? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Draco Malfoys Handlangern Vincent Crabbe und Gregory Goyle. Diese beiden Schläger treten erstmals gleich zu Beginn der Harry Potter Geschichte in Erscheinung, stets dumm hinter ihrem Anführer Draco stehend. Während in den Mauern von Hogwarts viele Freundschaften entstehen, scheint es, als ob Crabbe und Goyle schon vor ihrer Zeit in Hogwarts mit Draco befreundet waren. Eine Tatsache, die sicher auf ihre Verbindungen innerhalb der reinwütigen Zauberergemeinschaft zurückzuführen ist. Crabbe und Goyle, stolze Slytherins, haben während ihrer Zeit in Hogwarts sicherlich vielen Schülern das Leben schwer gemacht. Mit Draco Malfoy an der Spitze ihrer Wande machten sie es sich zur Aufgabe, das berühmte Trio Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger zu tyrannisieren. In ihren späteren Jahren, kurz vor ihrem Abschluss in Hogwarts, gingen sie sogar noch einen Schritt weiter und wurden zu etwas, das man nur treffend als ausgewachsene Kriminelle bezeichnen kann. Eine Frage, die mich beschäftigt ist, ob Vincent Crabbe und Gregory Goyle jugendliche Todesser waren, genau wie ihr Anführer Draco Malfoy, der nachweislich einer geworden ist. Waren sie durch und durch verdorben, wie so viele andere dunkle Zauberer in der Zaubererwelt, oder gab es für diese beiden Jungen noch eine Rettung? Für manche mag die Antwort auf diese Frage offensichtlich sein. Natürlich waren Crabbe und Goyle Todesser. Wie hätten sie es denn auch vermeiden können? Es war in ihrem Blut. Aber hier ist die Sache. Es wird nie explizit im Kanon erwähnt und es könnte einen Grund dafür geben. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist ihre Abstammung. Im Buch heißt es, und hier ging Voldemort zu den beiden größten Kapuzengestalten über. Haben wir Crabbe? Du wirst es dieses Mal besser machen, nicht wahr Crabbe? Und du Goyle? Sie verbeugten sich unbeholfen und murmelten dumpf. Ja Meister, das werden wir Meister. Mit Voldemorts Wiederauferstehung im Feuerkelch ruft er die Todesser durch das dunkle Mal. Interessanterweise sind die älteren Crabbe und Goyle die Väter von Crabbe und Goyle genauso unbeholfen und törpelhaft wie ihre Söhne. Auch sie waren ungeschickt, unbeholfen, groß und inkompetent. Wie der Vater, so der Sohn, könnte man eigentlich sagen. Wenn die Väter von Crabbe und Goyle ihn so sehr ähnelten, dann könnte das bedeuten, dass auch sie denselben dunklen Weg einschlugen, das berüchtigte dunkle Mal auf ihrem Arm tragen zu wollen und dem tyrannischen Anführer der Todesser, Lord Voldemort, zu folgen. Wenn Crabbe und Goyle Jr. ihren Vätern so sehr ähneln, ist es nur logisch, dass sie deren Handlungen und Verhaltensweisen nacheifern wollen, indem sie denselben dunklen Weg einschlagen. Dies steht auch im Einklang mit dem in Harry Potter wiederkehrenden Phänomen, dass Kinder ihren Eltern in vielerlei Hinsicht nacheifern. Im Aussehen, in den Interessen, im Verhalten und so weiter. Aber trotzdem ist das keine endgültige Antwort, sondern nur eine Schlussfolgerung. Ein Argument dafür, warum sie Todesser gewesen sein könnten. Gehen wir mal weiter ins Detail. Im Laufe der Bücher wird es meiner Meinung nach immer offensichtlicher, dass Crabbe und Goyle sich zu einer neuen Art von Tyrannen entwickelt haben, die weniger darauf aus sind, ihre Opfer zu verhöhnen, sondern vielmehr darauf, ihnen Schaden zuzufügen. Dies wird bei mehreren Gelegenheiten deutlich. Beispielsweise, als Harry erfährt, dass die Carrows in Hogwarts die dunklen Künste unterrichten. Amycus, der dafür verantwortlich ist, unterrichtet nun nicht mehr Verteidigung gegen die dunklen Künste, sondern ausschließlich die dunklen Künste. Wir sollen den Kruziatus-Fluch an denen üben, die nachsitzen müssen, berichtete Neville. Was, riefen Harry, Ron und Hermine entsetzt? Ja, wir sollen den Kruziatus-Fluch an denen üben, die nachsitzen, verdient haben. Ich habe mich geweigert, es zu tun. Aber einige stehen drauf. Crabbe und Goyle lieben es. Das ist das erste Mal, dass sie bei irgendetwas ganz oben stehen, denke ich. In meinen Augen zeigt diese Tatsache, dass Crabbe und Goyle bereitwillig ihre Mitschüler foltern, was für Menschen sie geworden sind. Hätte man nie erwähnt, dass sie es liebten, könnte man annehmen, dass sie aus Angst handelten. Aber das ist eindeutig nicht der Fall. Harry Potter beschrieb, nachdem er zum ersten Mal mit dem Kruziatus-Fluch belegt worden war, dass es sich anfühlte, als würde sein Kopf aufgeschlitzt werden und seine Knochen in Brand gesteckt. Das ist nichts, was ein guter Mensch jemandem wünschen würde. Und es ist besonders entsetzlich, wenn man bedenkt, dass sie das ihren Mitschülern antaten, Menschen, die sie seit Jahren kannten. Der nächste Abschnitt stammt aus Die Heiligtümer des Todes, genauer gesagt aus Kapitel 31, Die Schlacht von Hogwarts. Wie kommt es, dass ihr drei nicht bei Voldemort seid, fragt Harry. Wir werden belohnt, sagte Crabbe. Seine Stimme war überraschend sanft für eine so große Person. Harry hatte ihn vorher kaum sprechen hören. Crabbe lächelte wie ein kleines Kind, dem eine große Tüte mit Süßigkeiten versprochen wurde. Wir sind zurück, Potter. Wir haben beschlossen, nicht zu gehen. Wir haben beschlossen, dich zu ihm zu bringen. Guter Plan, sagte Harry mit gespielter Bewunderung. Er konnte nicht glauben, dass er so kurz davor war, von Malfoy, Crabbe und Goyle ausgebremst zu werden. Diese Passage macht unmissverständlich klar, dass Crabbe und Goyle, oder zumindest Crabbe, bereit waren, Harry körperlich zu verletzen. Und im Wesentlichen seinen Tod zu erleichtern, indem sie ihn an Lord Voldemort auslieferten. Crabbe, der Talentiertere der beiden, feuerte zudem mehrere tödliche Flüche auf Harry und seine Freunde ab. Es war kein normales Feuer. Crabbe hatte einen Fluch benutzt, von dem Harry keine Ahnung hatte. Als sie um eine Ecke bogen, verfolgten die Flammen sie, als wären sie lebendig, empfindungsfähig, mit der Absicht, sie zu töten. Diese Szene zeigt eindeutig, wie weit Crabbe bereit war zu gehen, um Voldemort zu gefallen und Harry zu vernichten. Nun mutierte das Feuer und bildete eine gigantische Rudelarmee feuriger Bestien. Lammenschlangen, Chimären und Drachen. Die stiegen und fielen und wieder emporstiegen. Der Schutt der Jahrhunderte, von dem sie sich ernährten, wurde in die Luft geschleudert, in ihre Zähne flätschenden Mäuler, bevor er von dem Inferno verschlungen wurde. Crabbe wirbelte herum und schrie, Avada Kedavra. Ron sprang aus dem Blickfeld, um dem grünen Lichtstrahl auszuweichen. Malfoy, der ohne Zauberstab war, kauerte hinter einem dreibeinigen Schrank, während Hermine auf ihn zustürmte und Goyle mit einem Betäubungszauber traf. Angenommen, Crabbe und Goyle waren bereit, so weit zu gehen, um Lord Voldemort zu besänftigen, dann wäre die logische Erklärung, dass diese beiden Jungen Todesser waren. Aber trotz all dem, was sie getan haben, bin ich nicht davon überzeugt. Und warum? Weil Crabbe und Goyle immer noch Vollidioten waren und Voldemort wusste genau, wie man Menschen benutzt und manipuliert. Für ihn waren Crabbe und Goyle wegwerfbare Bauern, Opfer, die er ohne zu zögern in den Tod schicken konnte. Einfach Bauern. Könnten Sie sich vorstellen, dass Voldemort in direkter Verbindung mit Vincent Crabbe oder Gregory Goyle stand? Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, weil, ganz ehrlich, für ihn waren sie nur austauschbare Schachfiguren. Letztendlich waren Crabbe und Goyle meiner Meinung nach nur Möchtige und Todesser. Junge, fehlgeleitete Jungen, die in die Fußstapfen ihrer Väter treten wollen. Beeindruckende Sympathisanten, die einfach nur ein bisschen mitmischen wollten. Ja, die Väter von Crabbe und Goyle waren Todesser, aber Voldemort schuldete ihnen gar nichts. Vor allem, nachdem sie ihn im ersten Zaubererkrieg im Stich gelassen haben und nie einen ernsthaften Versuch unternommen hatten, ihn zu finden. Was die jugendlichen Todesser angeht, so war Draco der Einzige und das auch nur, weil er eine besondere Aufgabe erhalten hatte. Hätte Voldemort Lucius nicht bestrafen wollen, wäre Draco wohl auch nicht zum Todesser geworden. Voldemort wollte immer, dass Draco bei seinem Versuch, Dumbledore zu töten, scheitert und es kostete ihn nichts, Draco mit Ruhm und Akzeptanz zu überhäufen, nachdem er ihm eine scheinbar unmögliche Aufgabe gestellt hat. Eine Aufgabe, an der er selbst gescheitert wäre. Die traurige Wahrheit ist, dass weder Crabbe noch Goyle jemals eine Chance hatten. Sie standen beide aus Familien von Todessern und waren von Anfang an Teil eines Freundeskreises, der die falschen Entscheidungen traf. Um Dumbledore zu zitieren, es sind unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, was wir wirklich sind, viel mehr als unsere Fähigkeiten oder unsere Herkunft. Leider waren Crabbe und Goyle aufgrund schlechter Einflüsse und offensichtlicher geistiger Nachteile nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Also schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob Crabbe und Goyle wirkliche Todesser waren oder nur Bluff-Todesser. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.